So, dann wollen wir hier mal ganz sauber und ganz sauber spritzisch weitermachen, und zwar in Doomgießerei. Los geht's! Jetzt, da der Satellit wieder online ist, werden das Ausmaß und der Ursprung des Angriffs erkennbar. Oliver Pierce, die leitende Wissenschaftlerin des Lazarus-Projekts und Kult-Anführerin, hat eine Höllenwelle aktiviert und hunderte von Dämonen aus ihren Zellen in den Lazarus-Laboren befreit. Die dadurch ausgelösten Zerstörungen haben die Einrührung an den Ramm der vollständigen Vernichtung gebracht. Die Reaktoren der Gießerei stehen kurz vor der Kernschmerze. Samuel Hain, ein Überlebender und zugleich der Chef der Mars-Station, hat dir seine Hilfe angeboten. Und falls du sie brauchst, was der Fall ist, was nicht der Fall ist, du brauchst nur Munition und eine Möglichkeit, die Kernschmerze zu verhindern. Kernschmerze. Sehr schön, weiter jetzt. Die weitere Analyse des aktiven Praetorenanzugs hat ergeben, dass ich die Verbesserung ihres Arsenals durch die Bewertung ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann. Ich habe ihre Helmanzeige entsprechend erweitert. Das ist ja schön. Die Anlage wird dich nicht in den Turbinenraum lassen, solange die dämonische Bedrohung in der Gießerei nicht beseitigt wurde. Unsere Sicherheitssysteme lassen sich nicht unterbrechen. Ach, du Scheiße, Alter. Das ist ja schön. Jetzt wird Schluss, ich will dich ja da. Jetzt wird es lustig. Oh, come on, my goal. 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 Ouch. Boah, da hochgeschafft. Geil. Boah. Sehr geil. Hm, was ist mit dem Stuhl los? Geil. Wie? Alter, ist das scheiße groß. Ach, du verfickte Scheiße. Achtung, Kerntemperatur steigt. Verpisst euch, Alter. Na, die Muka, Alter. Geht wieder gut ab hier, echt. Sehr schön. Oh. Ist jetzt los, Alter. Ehm, hier ist was noches. Alter, ich weiß mal nicht, wo lange ist er heftig. Ich bin ein rotmischer. Alter Scheiße, ey. Oh, sehr schön. Und dann mit dem Dreck, Alter. Ein bisschen Action machen hier. Alter, verpüß dich, Alter. Oh, super. Oh, super. Was ist hier los, oder? Unnormal. Ja, sehr schön. So, erstmal hoch. Oh, halte. So, erstmal hoch. Hat die noch nicht hinterher. Gisset. Oh, da hat's schon noch hier lang. Oh, da hat's schon noch hier lang. Oh, da hat's schon hier. Oh, da hat's schon hier. Oh, da hat's schon hier. Ja. Alter. Heftig. Oh, da hat's schon hier lang. Oh, da hat's schon hier lang. Oh, da hat's schon hier lang. Ja. Oh, normal ey. voll ab hier 1 das ja warte mal was war das hier Ach so, kann man nicht schlank, okay? Warum auch nicht? Ein bisschen Ver-Action-Jong hier Das ist ein bisschen Ver-Action-Jong hier Ein bisschen Ver-Action-Jong hier Das ist ein bisschen Ver-Action-Jong hier Na komm, Alter, was macht ihr denn? Wirklich Spinner, ey. 50 Prozent, ey, das ist ein Witz, ey. Das ist ja mal heftig, Alter, die Gießerei. Alter, wie das spritzt, Alter. Da können wir hier schon gut machen. Da können wir einen Punkt setzen. Drei Punkte. Hier haben wir hochgehen. Können wir hier drin setzen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie doch, der ist so Sache hier, ey. Das sind nur die Säcke. Nackenschädel. Nackenschädel. Bumm, Alter. Erhaltet es der rum, okay. Jetzt müssen wir nach oben. Oh, Alter. Oh, ist denn meine andere Knarre hier? Mann, schieß doch. Hm. Ich hätte die Granate gespannen können, ey. Yeah. É... Wie ist denn das Ansicht, Alter? Was ist das, unter dem K silly? Ja... Okay. Was ist denn der Kommen der Kommen? Erhaltet wird. Der Kommen der Kommen der Kommen der Kommen. Alter, die ist halt los, ey, geil. Das war kein Durchblick hier, aber eher... Alter. Leg mich am Arsch, ey, doch. Lass mal gucken, wo es war, ey. Ah, ja. Da, danke. Ey, was ist jetzt los hier? Achtung, Kerntemperatur übersteigt kritische Grenzen. Muss ja nicht sein, oder? Ich droge die Post ab hier. Oh, seig, ja. Noch einer. Komm her, ey. Alter, ist denn mit dem Laser? Oh, das ist das hier. Oh, so, so. Okay. So, 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 so. Ich gehe jetzt, price ab und benutzen. Gut, ich mache jetzt das. Ich ne kann mich schief, genau, aber das nicht schief, nicht schief. Oh, so gut, ich mache diese Geist. Ich habe die Geist für mich nicht zu Dems. Ich wollte mal kein Geist. So muss es sein, Alter. Ich habe mal wieder wegrennen müssen. Und hier, hier. Kante Scheiß hier, ich. Ja, Alter. Erledigt, Alter. Aber da rennt er nicht mehr weg. Unnormal. Ein bisschen stabil. Kann sein, kann sein. Autorisierung Olivia Pierce, Alpha 402. Sie hat mich ausgesperrt, Dr. Hayden. Sie hat mich ausgesperrt, Dr. Hayden. Sie hat mich ausgesperrt, Dr. Hayden. Sie hat mich ausgesperrt. Du hättest sie sowieso niemals retten können. Sie hat mich ausgesperrt, Dr. Hayden. Ey, Alter, was denn das, Alter? Naja. Naja, gelb kommen die Bastarde. Zum Glück. 3 und 3. Oh, was? Was ist denn? Ja, Scheiße. Na, hier fangen, Alter. Das System lässt sich jetzt nur noch von Olivia überbeuten. Wir müssen den Argentower an der Oberfläche manuell abschalten. Nur von hier aus. Machen wir auf jeden Fall in der nächsten sauberen, saurespritzigen Doom-Reihe. Also, Rotary.